Wissen in fünf Minuten. Wieder der Blick in das magische Buch. Ha, wie Hyperventilation. Ja, wie? Das hatten wir doch schon, oder? Hm, vielleicht nochmal mit einem anderen Fokus? Im Clip Hyperventilation beschrieb ich die Pathophysiologie mit Fokussierung auf den akuten Anfall. Die mannigfaltige Symptombildung, insbesondere bei chronischen Verläufen, kann sehr wohl Anlass oder als Anlass genommen werden, ein zweites Mal auf die Hyperventilation zu schauen. Nun gut, das magische Buch hat gesprochen. Auch ist dieses Störungsbild für jede Prüfung unheimlich wichtig, da man hier wie bei kaum einer anderen Erkrankung die Pathophysiologie wundervoll darlegen kann. Das gibt viele Pluspunkte in jeder mündlichen Prüfung. So gehen wir es also noch einmal an und betrachten den Unterschied zwischen akuter und chronischer Hyperventilation etwas genauer. Meine Kollegen achten wieder auf die Uhr und ich sage, die Zeit läuft. Die pathophysiologischen Mechanismen der Hyperventilation nochmal im Schnelldurchlauf. Erstens vermehrte Atemtätigkeit in Frequenz und Tiefe erhöht. CO2 wird vermehrt abgeatmet. Dadurch Abfall der H-Plus-Ionen, eine respiratorische Alkalose entsteht. Sie bewirkt, dass weniger freies Kalzium im Blut zur Verfügung steht. Der Abfall des freien Kalziums hat schließlich eine Zunahme der neuromuskulären Erregbarkeit zur Folge. Aber okay, nochmal etwas genauer hingeschaut. Die Veränderungen an den Zellmembranen, die durch den Kalziummangel hervorgerufen werden, sind recht umfangreich. Kalzium moduliert unter anderem die Funktion der Natriumkanäle. Fehlt diese Modulation, so zeigt sich nicht nur eine erhöhte Erregungsbereitschaft. Vielmehr können sich die Ionen, also die geladenen Teilchen, insgesamt unphysiologisch verteilen. Das kann zu Membranstörungen an vielen Organen führen. Begleitet wird dieses Phänomen von einem durch den CO2-Mangel verursachten Abfall der Hirndurchblutung. Denn die Hirngefäße verengen sich durch den Abfall des CO2. Ein letzter Punkt, gerade wieder im Hinblick auf den chronischen Verlauf. Die Alkalose im Blut bewirkt auch, dass Hämoglobin eine höhere Affinität zum Sauerstoffaufbau. Das heißt, es hält den Sauerstoff unheimlich stark fest. Was bedeutet, die Sauerstoffabgabe im Gewebe wird erschwert. Das nennt man den Bohreffekt. Um den Unterschied zwischen akuter und chronischer Hyperventilation noch besser herauszuarbeiten, schieben wir noch ein paar allgemeine Überlegungen zum pH-Wert ein. Der pH-Wert spiegelt die Menge an H-Plus-Ionen, also an Wasserstoff-Ionen, in einem Milieu wieder. Dem Blut zum Beispiel. Je mehr H-Plus-Ionen zugegen sind, desto saurer das Milieu. Und umgekehrt, desto weniger Ionen, desto basischer oder alkalischer das Milieu. So zu beobachten im Rahmen einer respiratorischen Alkalose. Es sind vor allem zwei Organe, die dafür sorgen, dass sich der pH-Wert des Blutes in seinem physiologischen Bereich bewegt. Das sind die Lunge über die Atmung und die Niere über ihren Stoffwechsel, sprich über ihre Ausscheidungsfunktion. Kommt es also zu einer respiratorischen Alkalose, so kann diese zumindest prinzipiell durch die Ausscheidungsfunktion der Niere kompensiert werden. Die Niere hält einfach mehr H-Plus-Ionen zurück und scheidet mehr Bikarbonat aus. Dies gelegt natürlich nicht im Rahmen eines akuten Hyperventilationsanfalls, da hier der CO2-Abfall einfach zu schnell erfolgt. Anders im Rahmen einer chronischen Hyperventilation. Hier erfolgt die Verschiebung häufig langsamer und so kann die Alkalose zumindest zum Teil kompensiert werden, indem die Niere ihre Ausscheidungsfunktion verändert. Insgesamt können die Symptome, wie schon dargelegt, sehr vielgestaltig sein. Bei den chronischen Formen sind sie oft dezenter und deshalb häufig nicht leicht einzuordnen. Das Nervensystem zeigt sich mit Missempfindungen, Zittern, Krämpfen, Müdigkeit, Kopfschmerz, Schlafstörungen, Schwitzen. Das respiratorische System kann mit Luftnot oder Hüsteln aufwarten. Gastrointestinal kann es zu einem Klosgefühl kommen, zu einem trockenen Mund. Am Herzen kann es zu Angina pectorisartigen Schmerzen und Herzklopfen kommen. Psychisch können Nervosität und Angst dominieren. Zur Therapie. Eine körperliche Erkrankung muss stets ausgeschlossen werden. Liegt diese nicht vor, dann kann bei einem akuten Anfall vor allem beruhigt werden. Gemeinsam mit den Patienten atmen. Und eine kurzzeitige Tütenatmung kann sinnvoll sein. In die Tüte einzuatmen heißt, das CO2, was man vorher abgegeben hat, beim nächsten Mal wieder mit einzuatmen. Und so wird der CO2-Spiegel wieder steigen. Eine Sedierung kann erforderlich sein. Bei der chronischen Hyperventilation, hier ist es so, oh, meine Zeit, okay. Hier ist es so, dass eine Psychotherapie sehr wohl angezeigt ist. Atemschulungen und Entspannungstrainings sind hier wichtige Module, um den Prozess und die Zustände in den Griff zu bekommen und den Patienten kompetent zu machen, mit diesem Phänomen gut umzugehen. Das war das Wichtigste zur akuten und chronischen Hyperventilation. Das Wichtigste ist gesagt. Okay. Sowohl das akute Glaukom wie auch die chronische Hyperventilation sind zwei wundervolle Beispiele, an denen man festmachen kann, wie wichtig es ist, die Anatomie und die Physiologie ordentlich zu lernen, um dann die Pathophysiologie daran schön abzuleiten. Und so werden die Krankheitsbilder wirklich verstanden und nicht einfach nur Symptome auswendig gelernt. Genau das ist eine unserer Maximen. Wenn Sie mehr in dieser Art sehen möchten, unten im Text finden Sie die Links zu unseren Online-Vorlesungen. Im Namen dieses Kanals finden Sie hier noch mehr Themen und hier die Möglichkeit, uns zu abonnieren.